Hallo und herzlich willkommen bei Simons Welt. Vor kurzem habe ich einen super Artikel gelesen. Da ging es um dieses Sprichwort, der Fisch stinkt vom Kopf her. Und da wurde tatsächlich untersucht, wie das ist, wenn ein Fisch vergammelt, wo beginnt es dann, dass der Fisch stinkt. Und es ist tatsächlich so, dieses Sprichwort ist richtig, der Fisch stinkt zuerst im Bereich des Kopfes. Ich wusste das nicht und ich finde das richtig spannend, dass dieses Sprichwort irgendwie, ja, so Tatsachen nach Tatsachen ist. Also eine tolle Sache. Warum sage ich euch das? Seit einigen Tagen beschäftige ich mich mit diesem Thema Fridays for Future. Die Greta Thunberg, die hat ja einige Äußerungen gemacht, pro-palästinensische Äußerungen, die auch so interpretiert werden können, dass sie sogar das Existenzrecht von Israel irgendwo infrage stellt. Und da hat sie sehr viel Kritik bekommen. Die Greta, das muss man sich einfach mal vergegenwärtigen, ist eigentlich die Ikone der Bewegung. Mit ihr fing Fridays for Future an. Und das hat sich dann als Schülerbewegung über die ganze Welt verbreitet. Und sie ist die Galleonsfigur nach wie vor. Und sie macht jetzt solche Äußerungen und jetzt vor ein paar Tagen auf dieser Demonstration auf der Bühne, wo sie auch solche Slogans in Bezug auf Palästina gemacht hat und in Bezug auf Israel, wo dann sogar einer aus dem Publikum auf die Bühne gegangen ist, ihr das Mikro aus der Hand genommen hat und gesagt hat, ja, ich bin eigentlich gekommen wegen der Umwelt, wegen der Klimakrise und jetzt geht es hier um Politik. Und sie hat dann argumentiert, was irgendwie keiner so richtig nachvollziehen kann, was hier ihre Argumente sind, warum sie sich jetzt für Palästinenser in der Art und Weise einsetzt und dann in ihrem Umfeld auch noch Personen als Sprecher zulässt, die sehr antisemitisch unterwegs sind. Der Fisch stinkt vom Kopf her. Nun geht die Diskussion so weit, dass die Frage ist, was macht jetzt der Ableger von Fridays for Future in Deutschland? Und die Luisa Neubauer, die ist hergegangen und hat sich abgegrenzt und hat gesagt, ja, hinter diesen Aussagen steht sie oder die Bewegung in Deutschland nicht. Aber nun ist nun mal die Greta Thunberg die Galleonsfigur. Fridays for Future ist nicht zu trennen von Greta Thunberg. Ich habe einen Artikel darüber geschrieben auf Schimons Welt, auf meinem Blog, wo ich das differenziert sehe und sage, okay, es gibt Stimmen, die sagen, naja, das ist halt die Greta, aber damit muss man nicht die ganze Bewegung in die Tonne klopfen. Und Deutschland hat damit eigentlich erst mal gar nichts zu tun. Und andere Stimmen wieder, die sagen, das geht so nicht. Nun muss die deutsche Bewegung von Fridays for Future ein Zeichen setzen und sagen, okay, wir spalten uns jetzt komplett ab und nehmen auch neue Namen, um hier eine klare Trennung zu machen. Ich möchte euch meine Meinung hier sagen und das ist auch der Grund, warum ich diesen Film mache. Meine Meinung dazu ist, dass das gar nicht geht. Der Fisch stinkt vom Kopf her. Und irgendwann stinkt der ganze Fisch. Und die Greta, keine Ahnung, ich kann es nicht sagen, warum sie jetzt in diese Richtung geht, warum sie diese Bewegung für ihre politischen Aktionen missbraucht, so sehe ich das. Das ist ein Missbrauch der Bewegung und das geht gar nicht. Das geht gar nicht. Sie kann nicht hergehen. Auf der einen Seite Schüler gewinnen, die etwas für das Klima tun wollen, die sich einsetzen, die demonstrieren. Und auf der anderen Seite dann diese Bewegung als Plattform für politische Aussagen in Bezug auf Palästina, in Bezug auf den Gaza-Streifen, in Bezug auf den Krieg, den die Hamas gegen Israel führt. Das geht gar nicht. Und daher bleibt eigentlich überhaupt nichts anderes übrig. Luisa Neubauer muss handeln. Sie muss hergehen und muss diesen deutschen Zweig von Fridays for Future abkoppeln von dieser internationalen Bewegung. Das ist eigentlich unumgänglich. Und umso länger die deutsche Seite dieser Bewegung wartet, umso schwieriger wird das Ganze und umso mehr werden sich die Leute auch abwenden. Also, meine Kinder sind alle erwachsen. Hätte ich jetzt noch Kinder, die in die Schule gehen, Ich würde das nicht genehmigen, dass sie bei Fridays for Future demonstrieren. Mal ganz unabhängig, ob es Sinn macht, auf diese Art und Weise freitags die Schule zu schwänzen und zu demonstrieren fürs Klima. Aber ich weiß, dass in dieser Bewegung sehr viele sind, die das ehrlich und aufrichtig machen, weil sie sagen, es ist an der Zeit, dass jetzt was geschieht und wir gehen auf die Straße. Und das muss man erstmal positiv sehen. Aber ich würde das meinen Kindern nicht erlauben. Ich würde sagen, wisst ihr was? Mit dieser politischen Aussage der Greta mache ich mich nicht identisch. Und daher werdet ihr dort nicht hingehen, weil ihr euch dann auch mit dieser Aussage identisch macht. Und somit bleibt eigentlich für Luisa Neubauer nur eine Sache übrig. Sie muss die deutsche Bewegung abkoppeln von der internationalen Bewegung. Das muss so weit gehen, dass sie sogar für Fridays for Future Deutschland einen neuen Namen wählt. Dann kann diese Bewegung bestehen. Und meine Prognose ist, wenn das nicht geschieht, wird Fridays for Future in kürzester Zeit untergehen. Und die Menschen werden nicht mehr auf die Straße gehen. Zumindest nicht in Deutschland. Was international geschieht und was Greta da noch alles anzettelt und macht und wie viele Leute sie dafür auf die Beine bringt, da wird sich das Klientel total verändern. Irgendwann werden mehr Palästinenser-Flacken wehen, wie das Plakate sind, die auffordern, wegen der Klimaerwärmung das, was getan werden muss. Also, was bleibt unterm Strich? Nochmals, der Fisch stinkt vom Kopf her. Und aus meiner Sicht ist Fridays for Future jetzt schon gestorben. Und jetzt ist nur noch eine Frage der Zeit, wann Fridays for Future so stinkt, dass man den Fisch in die Ecke wirft. Also, lest diesen Artikel auf Shimon's Welt durch und teilt dieses Video und schreibt Kommentare und hier unten drückt einfach auf Daumen hoch. Würde mich freuen. Bis zum nächsten Mal. Tschau.